Liebe Mieter der städtischen Wohnungsgesellschaft Freiberg, sehr geehrte Freiberger, die SWG wird in diesem Jahr 25 Jahre alt. Das ist für uns ein Grund zu feiern und wir möchten Sie deshalb ganz herzlich einladen zu unserem Jubiläumsfest am 15. und 16.07. im Schloss Freudenstein. Wir haben für Sie ein buntes Programm für beide Tage vorbereitet. Am Sonnabend um 10 Uhr werden wir beginnen mit der offiziellen Eröffnung. Der Oberbürgermeister der Stadt Freiberg wird mit anwesend sein. Musikalisch werden uns am Sonnabend die Hutzenbossen begleiten und am Nachmittag die Hinkelsingers. Am Sonnabendabend ab 20 Uhr werden dann die Jollyjumpers im Schlosshof auftreten und der Abend wird mit Disco-Musik ausklingen. An beiden Tagen sind viele Überraschungen für die Kinder vorbereitet. Es wird eine Hüpfburg geben, ein Kettensägenschnitzer zeigt sein können, die Zwergenstadt der GSQ ist aufgebaut und es gibt eine Bastelstraße und viele andere Überraschungen. Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Familie. Das Märchenkönig-Strosselbad wird aufgeführt. Später haben wir die Shaking-Boogies auf der Bühne, die uns ihr Tanzkönnen zeigen werden. Und der Tag wird dann mit der Band Hot White & Band ausklingen. Feiern Sie mit uns unser Festjubiläum im Schloss Freudenstein am 15. und 16. Juli. Sie sind alle herzlich eingeladen. Musik Musik